Und herzlich Willkommen zu Hauston Part Nr. 54 gegen Nefarian. Sterbliches Wesen. Ich bin noch nicht ganz erloschen. Ich verhelfe euch zum Sieg über Nefarian. Okay. Keine Sorge, Ragnarok stärkt euch den Rücken. Lord Victor Nefarian. Der crazy motherfucker. Garosch gegen Nefarian. Oder Nefarius. In einem Sanktum-Held. Sieg oder Tod. Verwandt sich doch jetzt. Seht. Die wache macht Nefarian. Ah ah. Verstärkte Drachen-Schuppen. Der hat 10 Mana. Der hat 10 Mana. Echt jetzt? Alter, Folter. Eure Stärke ist nun eure Schwäche. Für die Pechschwelle. Was soll ich da machen? Ich werde nicht mehr helfen. Ich werde nicht mehr helfen. Ich werde nicht mehr helfen. Kombo. Ja, immer. Nein. Nein. Ich werde euch vernichten. Ja. Nein. Ich werde euch vernichten. Ich werde euch nicht mehr helfen. Aber ich werde euch nicht mehr helfen. Ich werde euch nicht mehr helfen. ja wohl doch selber machen ach scheiße ich hätte rüstung machen können ich frage mich dann was kommt denn in den letzten viertel dann wenn schon eine fahrer jetzt kommen so halt als endboss ich sende meine wiener aus dem zu zerstören das gibt es doch nicht ich habe nicht genug scheiße mal nepharian übel Ich will die Kraft der Pech schwingen in mir. Kein Volk mehr. Und etwas grüßen aus dem Feierladen. Danke. Was hat wenigstens deine Scheiß-Mach-Fünf im nächsten Zug? Kannst du nicht so viel aufrufen, mein Freund. Wow, das hat jetzt voll viel gebraucht, ne? Siehste, Ragnoroth ist nicht down, down, down. Oh, wie oft hast du diese Scheiß-Spalzen, ey. Come on, Ragnoroth. Danke für das Riesen-Mana. Äh, Rüstung. Ich werde zurückkommen. Brandwäscher-Zerstörer, okay. Sag mal, was in der Kiste ist. Wow. Das Geheimlabor. Aber ich würde mal sagen, das war Partnummer 54. Bis zum nächsten Mal, Jojo.